Hallihallo liebe leute Aktuell geht es mir nicht so dolle und beim letzten Mal ist einfach der Part abgekratzt. Ich habe hier auch gerade geschaut, mein Timmy ist ein bisschen broken. Warum gehe ich aus fast hinaus frei lassen? Ja, ich muss mich auch. Das hat wirklich einfach nur abgebrochen, dann spontan. 120, ja. Und ich... Ich auch. Nein. Ein bisschen umständig. Okay, dann dich. Und dann dich. Wir waren hier ja noch eigentlich am Forschen. Hier sind auch wilde Perlis immer noch. Die Schuernhütte. Ich weiß nicht, wann Wolken sich entwickelt. Oh. Okay, das ist frei. Ich schau mal. Oh, Perlio hat sogar nichts. Upsi. Ich trainiere die zwei also umsonst. Ah. Ich tue Fnuss. Okay. Hab ich auch. Ja, dann werde ich es so möglich schnell aussortieren. Als Teammitglieder. Heyo. Heyo. Ja. Ich gehe jetzt auch weiter. Also bist du der Aufseher, der die Handlanger für den Nexolot rekrutiert? Und lass mich dazu sagen, dass ich dabei eine wahllich brechige Arbeit geleistet habe. Sicher wollte Merida nicht loswerden, wie auch immer du weggekommen bist, ist mir völlig unbegreiflich. Ich bin trotzdem froh, dass du jetzt soweit gebraucht hast. Ich habe ein sehr spezielles Angebot für dich. Ein Angebot? Was sonst? Schließt dich heute unseren Reihen an? What? Deine Fähigkeiten sind alles an allem auf dem Level eines Aufseher. Die Kraft und Ehre, die du erlangen kannst, sind nicht auszumessen, mein Freund. Du bist verrückt! Warum sollten wir dem Nexolot helfen, Omnicron wiederzubeleben? Hm, 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 hm. Seele, warum bringst du mich nicht dazu? Jetzt ist er nicht mehr so cool. Nomph. So cool. So cool. Ja. So cool. Ow. So cool. 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 Das ist ein Argument. Irgendwer muss dem nächsten Lord die Technologie geliefert haben, um Omnikron wiederzubeleben. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, Ellie zu retten. Doppelt-Urk hält besser. So, erst mal Paleo und so loswerden. So, Seltenheit. Ah, okay. Ah, okay, das klappst du nicht. Tut mir ein Paleo. So, jetzt haben wir zwei neue Teammitglieder. Die einfach parallel getrainiert werden auf Doom. Das heißt, die werden so viele Level bekommen, damit sie nur noch stinken dann. Oh, come on. Wollte runter zum Steg. Oh, ich hätte halten. Wenn du die Blasen auf dem Wasser siehst, liegt das daran, dass sich dort ein Wasser nächstes Mal versteckt. Mit deiner Angerrote kannst du sie vielleicht fangen. Okay, warum haben sie gefühlt jetzt alle dieselbe Stimme? Äh. Nein, ich meine, warum er das eigentlich nicht geschaut hat. Ich weiß nicht, ob es unten ist, oder? Huh. Ach, come on. Bauer. Weibauer. Okay, ein Fester. Ein paar Minzlein. Ah, die bekämpfen. Don't kill. Come on. Du hast uns eigentlich zu den Zungen draußen. Okay. Ein bisschen heilen muss ich nicht doch, oder? Warte mal, ich habe nicht auf dieser Night geachtet. Ah. Okay, ungewöhnlich. Aber doch. Ich habe noch ein paar. Und zu nur noch kein Geld. Und ich ungerne benutzen will. Au. 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 Okay. Ich kann mich gegen heilen? Und was gegen Stamina machen? Yes! Seatail! Du hast die Box! Alter, wieviel da ich schon habe! Okay, dann belöse ich mal ein Wiederbeleber. Und dann tauschen. Hast du gehört? Die Nexogat jagen eine mysteriöse Person hier in der Gegend. Vielleicht piechst du es. Denke nicht, dass du mich verarschen kannst. Oh, ich wusste nicht, dass du nervös bist. Upsi! Was? Was? Ich mag den Vogel. Wo gibt's ihn? Ah ja. Was war da drin? Ich bin dann bis in 10.000 Jahre. Oh Idle Die Die Tätigkeit für Banzerteilung. Also kann ich sowieso alle Equipieren hier. Oh mein. Und dann? Vorbei. So, die war's all. Oh, die. Germany. Nein, geh weg. Ich hoffe jetzt. Die weg, oh Gott. 51. So, hier. 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 Oh no. Flybuster. Weg. Einfach weg. Okay, hier gibt's sie. Wasseranflug. Beide Typen da wo. Stein. Typen. Wie Wolfi. Ich mögen. Ich hab mir ein neues nächste Mal gefunden. Ach wo wo neu? Die. 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 Ich bin schon wieder Multi-Millionär. Kein Ex-Amon. Kein Flybuster! Und ja, ich mach die Flucht-Taktik, ich bin eigentlich keine Flüchterin, aber für mein Team muss ich flüchten. Dann besser auch Ressourcen aufsammeln. So, die Heilung war doch hier unten. Ja, aber es ist ein guter Versteck, leider. Bin ich vollkommen los gewesen? Ne? Wow! Wow! Also... Wie? Wie hab ich das übersehen? Okay, nächste Trips. Ich würde gerne mehr kaufen, aber ich kann vorher bei hier. Oh! Liebe Liebe! Und die brauche ich dann nur noch die... So, Elixir. Alles andere geht ja nicht. Ähm, ich müsste mir mal meinen ganzen Pass anschauen und dann schauen, ob ich irgendwas vergessen hatte. So was wie das ist doch ein bisschen strange. Wie konnte ich im Laden das Item auf der Palme so hart ignorieren? Vielleicht war ich einfach nur durch. Ich war bestimmt einfach durch. Und das Mikrofon ein bisschen mehr zu mir. Also... Moment. Okay, da auf der Sandburg ist nix. Gut. Ich darf sass sein. So, jetzt. Äh. Hypo. 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 Hallo Captain! Du denkst du hast hier einfach durchgehend ohne mir mein Tribut zu bezahlen. Jeder muss seine Gebühr bezahlen, du bist kein Aushammer! Oh, Schatz! Dude, gib mir deine Kiste! Und hide, like a pirate! Ganz ab! So viel Glück! Damit die Attacke dann hin geht! Oh! Das ist ein Piratenpapagei! Oh! Das ist schon mal nicht gut! Hältst du aus? Hältst du gut! Ich hätte anscheinend vielleicht angreifen sollen. Ah, okay. Dann mach ich diesen Trick. Dann wird es effizienter für mich zu heilen. Ah! Das ist die Schildkritte! Und ich benutze Etta! Weil mein Tier halt wieder mal kein Stamina hat. Ich denke, ich greife Magisch an! Dann mach ich! Dann mach ich! Oh! Oh! Alter! Dieser High sieht so crazy aus! I like you! Okay! Speed hoch und gleich sind die runter! Das ist auch mal was! Oh! Oh! Der kann jetzt nicht so cool! Ich muss nicht auslösen! Okay! Teammitglieder! Einfach Wolf! Ich will damit! Vergessen wir es! Vergessen wir es nicht! Oh! Evolution! Genau das ist der Plan mit den letzten zwei Mitglieder eigentlich doch gewesen, die ich hatte. Weil leider habe ich genau die zwei ausgedruckt, die keine Entwicklung haben. Was? Oh! Und wie dachte ich mir damit du bist. Und wie dachte ich mir damit du bist. Oh! 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 Zur Null verklappe ich dich jetzt mal. Okay.